Riech! 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 Langweilig! Ach, wir sitzen da schon wieder in den Laufenschein! Ich glaube hier nicht! Riech! 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 Du weißt aber, dass ich gerade aufnehme, ne? Nein! Siehst du gleich bei YouTube? Ja! Mensch! Yes! Nein! Namini! Ja! Ja! Nsi! Ja! Tja! Unter die Hände! Ja, ich bleib noch mal sitzen. Ja, Freizeitpark-Freaks mit z.de. Sieht sehr gut aus. Entschuldigung, mach ich auch besser. Freizeit was? Schweizeitpark-Freaks mit z.de. Wird nackig hochgeladen. Jawoll! Ich auch. Was? Ja, dann läuft! Nee, nee, nee. Warte! Mal fahren! Nächste Haltestelle! Jetzt geht die Fahrt rückwärts! Ja, rückwärts! Liff mal rückwärts! Können wir auch mal ohne Bügel fahren? Freizeitpark-Freaks.de Genau, mit z.freaks. Genau, und bei Facebook schön liken, ne? Abonnieren, bei Insta. Kannst ruhig du sagen. Das startet eigentlich erst am 01.04. Wenn Phantasial und alle Parks in Deutschland aufmachen. Aber jetzt in einem Tag schon 30. Am ersten Tag? Am ersten Tag schon direkt, ne? Ja. Kann man mit arbeiten, ne? Ja. Nächstes Wochenende erst mal Phantasialand mit Hotel. Mit Hotel! Mit Hotel! Ja, ich habe ja eine Jahreskarte auch für hier. Ja, haben wir uns auch geholt. Beste, was du machen kannst. Aber Phantasialand habe ich auch und Moviepark. Und im Moviepark habe ich schon gearbeitet. Warum? Ja! Jetzt kannst du hier in den Eis laufen. Jetzt geht ein Eis to go! Nee, du fahrt! Ja, ich bin zu fahrt! Ja, ich bin zu fahrt! Habt ihr dann mal in die Wischtengel? Was? E-Krone, machen wir mal Seitenwechsel? Oh! Seitenwechsel! Wollt ihr jetzt auf einmal auf die rechte Seite oder was? Ja, ich bin auf die rechte Seite! Ich möchte gerne mal auf die linke Seite! Oh, nein! Soll ich den Fall auch mal abpuppeln? Ja! Ich komme hier gut dran, weswegen? Schüttel dein Haar für mich! Schüttel dein Haar für mich! Schüttel dein Haar für mich! Ja, schön! Schüttel dein Haar für mich! Ich höre hier nichts! Ohne Emotionen, genau! Schüttel dein Haar für mich! Schüttel dein Haar für mich! Danke! Ist das... Ist das Augenwege? Ich bin fast! Auhoraah! Hopla! Aaaaaah! Lääh! Hooplaaaah! Grobar Alter! cohesive configurations demons can Ah, ist das aufregend. Nach einer Runde. Deutsche klatschen, Deutsche klatschen. Was? Mütze klatschen, Mütze klatschen, Mütze klatschen. Wieso geht meins wieder die Schuhe hoch? Ich bin wieder zu dick. Wollt ihr nicht auch mal tauschen? Ja, wir tauschen auch mal. Bist du ungemütlich, ey. Na los, hopp. Bewegung, Bewegung. Wie soll, Alter, du bist doch doof. Jetzt muss ich über dich drüber klettern. Ja, ist voll gut, ne? Tust du mal das Ding da, ja? Jawolle. Hier, bitteschön. Ja, 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 ist gut. Das ist für dicke Menschen. Ja, ich guck dir an, du hast den Fett voll zieht. Ja, das ist die Wellness-Oase. Das ist auch so. Wenn wir jetzt nicht mehr kurz nach oben sitzen. Ja, also, vielleicht gibt das auch noch mehr Unvormettel. Und ich. Tschöööö. Hast du was italienerInnen? Häützen kannst du! Italienisch! Luigi, Luigi! Ja, wir sind so schön! Jaja Haha Ja, wir sind so schön! Ja! Ja! Wohooo! Wohooo! Ja! Ja! Aaaaaaah! 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 Flintstones! Erbe Flintstones! Jabba-dabba-dabba-doo-time! Das kann man auch immer den Text nicht spielen! Kann ich auch nicht! Ahbah! Hu-i-hi-hi, let'sста hier jetzt mal... Ha-i-hi! Ahah! Und hier, Julia, treu sich! Eheheh-hahaha! Aaaaaah-ha-ha-ha-ha-ha-Ha-ha-ha-hha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Не, bitte! Ehehehe-haha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hha-ha! Quelle val об ihan smallo-ности? Da hinten ist noch frei. Leider seid ihr uns nicht los. Das tut mir leid. Wir wollen uns doch gar nicht los. Das ist doch viel zu lustig mit uns. Das ist auch viel an uns. Genau. Das ist auch viel an uns. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ich habe irgendwie das Zeitgefühl verloren. Ich hoffe, es ist noch erst halb sechs. Ich will es gar nicht wissen. Guck mal, wie spät es ist. Mein Handy. Hat jemand das Handy dabei? Wir bleiben jetzt so lange, bis ihr uns raus schmeißt. Wir machen jetzt die Challenge für uns alleine. Genau, bis morgen früh. Ja, wir bleiben sitzen. Ich krieg nur zwischendurch. Ich muss mal Pipi. Aber fahrt einfach durch die Toilette. Da hinten ist eine Flasche. Genau. Ich wollte gerade sagen. Nehmen die hier mit. Jetzt weißt du, wie hier Slush-Eis hergestellt wird. Das hast du gesagt. Ja. 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 Ich wollte schon wie Käsebuch. Ja. 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 τικativos. Ja. Ja. Da. Ja. Ja. Jaaaaa! Du hast die Haare schön! Du hast die Haare schön! Boah, jetzt Spaghetti mit roter Soße und gehacktem. Einer geht noch rein! Einer geht noch! Weiter, weiter, weiter... Weiter, weiter... Oh, wieder ein Biegeln! Wieder ein Biegeln! Immer diese Fahrstuhlmusik hier. Ich würde auch mal sagen, wir fahren erst mal ohne Bügel. Lassen wir den Bügel mal weg. Mal gucken, ob wir den Lift schaffen. Das reicht doch hier. Ist doch wie beim Flieger. Im Flieger reicht dann auch. Ihr könnt euch zusammentun, er hat auch Copping. Ich nicht, ich bin ganz tief entspannt. Kein Wunder, wenn wir zwei mal hier den Köpper haben. Ja, hör mal. Das haben wir noch nicht gemacht. Ne, das müssen wir auch noch mal machen, ne Köpper auch. Köpper auch, ich schau dir jetzt ein. Habt ihr das jetzt auch gefilmt? Ne. Das müsste aber rein. Ja, das ist ja drin. Das läuft schon die ganze Zeit. Seit 13 Minuten. Kommt das alles so hoch? Ja, nix geschnitten. Nackig hoch. Hörst du auch gerade was geredet? Nackig hoch? Ja, nackig. Herzliche Unterhaltung. Kommt mit ins Video. Alles nackig. Aua! Was ist das? Ja. Was ist das? Wie sind wir zu gruselig? Können wir fahren? Wieso müssen Italiener und Holländer einmal schreien? Verstehe ich nicht? Italiener auch. Die schreien nicht. Das ist eine sehr emotionale Sprache. Schüttet euer Haar für mich. Schüttet euer Haar. Graziem. Graziem. Ich warte jetzt. Oua! Aaaaaaah! Waaaaaah! Heeeeh! Das ist gut! Hallo! Ciao! Hä! Hä! Hä hä? Äh! Achso! Hä 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 hä! Es tut mir ganz in Ordnung! Auch geht, ne? Ich hab mich langsam dran gewöhnt! Ich hab keinen Mailcheck! Na gut, wird immer enger, hab ich das Gefühl! Irgendwann bin ich mit dem Sitz hier verschmelzt! Guck mal, die fahren auch noch! Mal gucken, wie lange wir es schaffen! Ja, dann machen wir nochmal, ne? Weil es so schön ist! Ja, geh mal Pipi machen! Nimmst du meins mit? Kriegen wir mal so eine Flasche für ältere Herrschaften? Gehst du echt Pipi machen? Ja, schön, dass du dich abmeldest! Finde ich sehr nett von dir! Eine Minute noch! Oh, das ist dann die letzte Fahrt! Das ist die letzte Fahrt! Ja komm, dann ist das die letzte Fahrt, dann komm ich auch nicht! So schlimm kann es ja doch nicht sein! Nee, dann nicht! Wenn das nachher...